Auf der Delegiertenversammlung von Provelo wurde beschlossen, das Referendum gegen den Ausbau der Autobahn zu unterstützen. Die Delegierten von Provelo haben beschlossen, das Referendum gegen den Ausbau der Autobahn zu unterstützen. Es wird gefordert, mehr Mittel für den dringend notwendigen Ausbau der Fahrradinfrastruktur bereitzustellen. Die Delegiertenversammlung von Provelo Schweiz verabschiedete am Samstag die Resolution Nein zum Ausbau der Autobahnen, ja zu mehr Velowegen. Mit der Förderung des Autoverkehrs fehle das Geld für die notwendige Verlagerung auf den Fuß- und Veloverkehr sowie den öffentlichen Verkehr, wird der Berner Nationalrat und Präsident von Provelo Schweiz, Matthias Aibischer, in einer Mitteilung zitiert. Der milliardenschwere Ausbau der Autobahnen mache das Autofahren attraktiver und führe zu mehr Verkehr. Dieser werde wiederum die Straßen in den Dörfern und Städten fluten und die Velofahrenden damit zusätzlich belasten. Der Autobahnausbau widerspreche aber auch den neu im Klimaschutzgesetz verankerten Netto-Null-Zielen fundamental und behindere den dringend notwendigen Umstieg auf klimafreundliche und flächeneffiziente Mobilitätsformen, allen voran das Velo. Das Parlament hatte Ende September beschlossen, für 5,3 Milliarden Franken Autobahnen ubauen oder auszubauen. Eine breite Allianz von Umweltverbänden ergriff dagegen das Referendum. Bis Ende Jahr will der federführende VCS die notwendigen 50.000 Unterschriften für ein Referendum sammeln. Die Sammelfrist läuft am 18. Januar 2024 ab.